Jesus sagt, dieser Krieg ist nicht mein Wille, aber was soll ich tun, wenn sie so ignorant sind? 18. Februar 2022 wurde von Jesus und Maria durch Schwester Claire gesprochen von Jackie. Herr Jesus, wir leben in so bösen Zeiten, dass wir gegen alle feindlichen Aktivitäten beten, die im Verborgenen stattfinden, gegen alle dunklen Kriegspläne, um den Unschuldigen zu schaden. Beschütze uns, Herr, und halte uns in Sicherheit, während wir dir in allen Dingen vertrauen. Amen. Jesus begann, Geliebte, es ist viel komplizierter, als du es dir jemals vorstellen könntest. Verworrene, vermischte Blutlinien und genetische Verfeinerungen und sogar die Anwendung von Dingen, die unrein sind, um ihre Macht und ihre Beziehung zum dämonischen Reich zu vergrössern. Oh Gott, wie schrecklich! Vertraust du mir? Ja, Herr, sogar mit der Grenzenlosigkeit ihrer ruchlosen Machenschaften. Claire, überall, wo Sie gewesen sind, war ich zuerst da. Kein Schritt, den Sie unternommen haben, um jahrhundertelang Böses voranzutreiben, kann mich überwinden. All diese Dinge habe ich im Voraus gewusst und ich habe den perfekten Plan für ihren Untergang. Nichts, und ich meine wirklich nichts, ist für mich eine Überraschung. Nichts kann mich überwinden, nichts ist mir oder meinem Vater entgangen. Ich möchte, dass du klarstellst, dass so, wie sie ihre mächtigen und bösen Gruppierungen aufgebaut haben, so habe ich auch schon deren Scheitern und Untergang vorbereitet. Die Architekten des Bösen aus vergangenen Zeiten können uns nichts anhaben. Sie werden zu gelebener Zeit zur Rechenschaft gezogen werden. Eure Gebete für ihre vollständige Ausrottung sind mächtig und zu dieser Stunde sehr wichtig. Betet also gegen dieses Übel, diese ruchlose Bewegung, die Stück für Stück auseinandergenommen wird. Habt grosses Vertrauen in euren Präsidenten. Dass er zum Wohle dieser Nation handelt und nicht mit den Mächten der Dunkelheit zusammenarbeitet. Es wurden viele Lügen und Fehlinformationen über den Mann und seine Familie verbreitet. Ich habe nie behauptet, dass er perfekt ist. Aber er kam den Eigenschaften, die eine Veränderung möglich machen würden, am nächsten. Betet weiter dafür, dass die Gerechtigkeit siegt. Hört nicht auf zu beten, denn viele müssen bereit sein, aus freien Stücken hervorzutreten und sogar ihr Leben riskieren, um die Wahrheit zu bezeugen. Es sind viele gestorben, während sie die Wahrheit bezeugt haben. Betet für sie und euren Präsidenten. Eure Gebete, meine Lieben, sind zu dieser Stunde sehr nötig. Dann begann Mutter Maria zu sprechen. Danke, dass du hier bist, Claire, und dass du dich sorgst. Ich werde dir helfen. Ihr steht am Rande eines Krieges und die Lage rund um die Welt ist sehr angespannt. Krieg ist nicht schön. So viele Sünden werden begangen. Was uns am wichtigsten ist, sind die Seelen, die noch nicht errettet sind. Es ist wahr, dass viele aufnahmefähiger werden, wenn der Tod an die Tür klopft. Europa ist zu einem Sündenpfuhl des Unglaubens und heidnischer Praktiken geworden. Dies ist einer der Gründe, warum all dies geschieht. Sie haben sich von Gott abgewandt und leben nur noch für das Fleisch. Wie schmerzlich es für meinen Sohn ist, dies zu sehen. Wie sehr hat er sie angefleht, an ihre Türen geklopft, mit ihnen geredet, ihnen seine zärtliche Liebe entgegengebracht, aber mit sehr geringem Erfolg. Denn ihre Herzen sind erstarrt und eiskalt. Doch wir geben niemals auf. Also hört nicht auf zu beten, auch wenn ihr wisst, wie weltlich es geworden ist. Es gibt immer noch einige wenige Menschen, die an ihrem Glauben und ihren Traditionen festhalten. Sie sind es, die mit ihren Gebeten und Opfergaben das Unvermeidliche aufhalten. Dann begann Jesus wieder zu sprechen. Dieser Krieg ist nicht mein Wille, aber was soll man tun, wenn man einer Nation alles gibt, was sie braucht, um gesund und erfolgreich zu sein, und sie dich trotzdem ignoriert, weiter sündigt, ohne ein Flackern in ihrem Gewissen. Und sie versäumen es, Danke zu sagen oder auch nur zu bedenken, dass Gott dies für sie getan hat. Dies ist eine letzte Chance, jene zu erreichen, die vielleicht noch ein einigermassen lebendiges Herz haben und sie dazu zu bringen, zu mir zurückzukehren. Bete für sie, Claire. Es tut mir im Herzen weh, was aus diesen Völkern geworden ist, die einst so fromm und mir nahe waren, jetzt aber so gefühllos, gleichgültig und abweisend sind. Glaube mir, ich werde mit gespannter Erwartung jenen zuhören, die nach mir rufen. Trotz ihrer sündigen Vergangenheit sind sie meine Kinder und ich liebe sie. Ich sehe, mit welchem Einfluss Satan es geschafft hat, ihren Glauben zu verzerren. Ich verstehe ihre Schwächen und Fehler und sehne mich danach, sie in mein Haus zurückzuholen. Ich suche nur nach einem Flackern in ihrem Herzen, einem Flackern der Reue, einem Flackern der Buße, einem Flackern von jemandem, der durch und durch verloren ist und Erlösung sucht. Ich beeile mich, solche Menschen zu umarmen und ihnen meine Liebe zu versichern. Wenn sie erkennen, wie sehr sie geliebt werden, schmilzt das Verlangen, sich zu wehren, einfach dahin. Dafür müsst ihr beten, dass sie den Funken des Lebens erkennen, den ich in ihre Herzen lege. Diese werde ich zu mir nehmen und ihnen die Wahrheit bringen, durchdrungen von meiner liebevollen Fürsorge für sie. Betet, dass sie nach mir rufen werden, was auf dem europäischen Kontinent vor sich geht, wird auch auf Amerika überschwappen. Krieg ist so entmutigend für die Menschen und alle auf dem ganzen Planeten werden von ihrem Verlust tief betroffen sein. Was sind meine Anweisungen für euch zu dieser Stunde? Seid dankbar für das, was ihr habt. Seid immer dankbar und betet für jene, denen ihr Leben so gewaltsam und sinnlos aus ihren Händen gerissen wird. Betet viel für sie, denn es ist so zermürbend zu sehen, wie alles, was man sich so hart erarbeitet hat, in Flammen aufgeht. Ein friedliches Leben, ja die Frucht eines Lebens voller Arbeit. Und man dann in ein Gefangenenlager gebracht wird, wo das Schicksal so ungewiss ist. O lieber Gott, erbarme dich unser und der ganzen Welt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!